Was ist das Spiel? Ja, da war schon Druck drauf vor dem Spiel. Glücklich, wie wir das Spiel angegangen sind, wie wir auch das Spiel bestritten haben. Wir haben extrem viele Chancen rausgespielt und auch extrem gefightet. Brutal Charakter gezeigt, Herz gezeigt, um die Bälle gekämpft, um Zweikämpfe gekämpft. Und das war top. Gegen den direkten Konkurrenten natürlich drei Punkte zu holen, ist ja sehr wichtig für uns. Und wir freuen uns einfach über jetzt der dritte Sieg in Folge und da wollen wir einfach weitermachen. Ich habe beim ersten hingeschaut und beim zweiten habe ich dann hingeschaut. Ja, skurril. Vielleicht habe ich mir beim ersten Schuss zu viele Gedanken gemacht und hatte natürlich noch mal Glück, dass das Videobeweis das gesehen hat, dass der Torwart zu weit von der Linie stand. Und beim zweiten dachte ich mir, komm, mach ich ihn einfach mal rein, um nur groß darüber nachzudenken. Und ich freue mich natürlich, dass ich so der Mannschaft helfen konnte und wir jetzt die drei Punkte haben. Er hat breite Brust gezeigt und hat den zweiten reingemacht. Musst du auch erstmal machen, dass er nicht weggeht und wie auch immer. Was nicht schlimm gewesen wäre, wenn sich einer gut fühlt. Aber er hat den Ball nochmal genommen und hat ihn reingemacht und überglücklich. Erstmal geht es nur um den Erfolg für die Mannschaft und für den Verein. Aber klar, dann kann man auch mal mit einem Auge rüberschielen und das auch genießen. Wusste ich jetzt so nicht, aber ich bin schon stolz und es ist eine schöne Sache. Wir wissen, in welcher Situation wir sind. Wir haben natürlich jetzt eine breite Brust und wir fahren am München natürlich auch, um da was zu holen. Und so gehen wir einfach jedes Spiel an und jeder Punkt zählt. Wir fahren da hin und wollen definitiv was mitnehmen. Und dafür werden wir wieder so kämpfen wie heute. Und dann werden wir sehen, was dabei rumkommt. Und erstmal heute den Sieg noch genießen. Der war extrem wichtig, habe ich vorher erwähnt. Und ich bin einfach froh, dass wir diesen Weg so eingeschlagen haben. Und dann bin ich da. Untertitelung des ZDF, 2020